Sehr beeindruckt bin ich von der Arbeit Galaxy von Kiesler. Weil diese zuerst als Bühnenbild entstanden ist und dann modifiziert wurde zu einer Skulptur. Und diese Art der Transformation von einem Medium in ein anderes Medium immer mit derselben Idee, das finde ich eine wahnsinnig schöne Geste auch, dass man dem Kunstwerk oder der Skulptur, dass man die nicht so festgefroren denkt. Und bei Kiesler ist es halt besonders, weil auch diese Idee der Galaxy, die vorher so räumlich war, zuerst eingebunden in ein Theaterstück, in eine Narrative, die ist dann hineingewandert in eine ganze Serie an Malereien, die als Malereien wiederum sehr räumlich im Raum installiert waren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017